Die anderen hatten recht. Lilly war offenbar krank. Sie war außerstande zu entscheiden, was richtig und was falsch war. Und so legte sie das Messer weg und begann ihre Therapie. Dr. Marcel hatte gewonnen. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr müsst immer alles tun, was man euch sagt. Immer. Ohne Ausnahme. Ende.